Heute im Experiment weiß ich nicht, wie ihr eine Maske aus einem T-Shirt möchtet. Musik Beim Schwerzen oder Husten fliehen winzige Partikeln aus dem Mund, an dem sie das, die die Maske abhält. Und sogar ein kleines T-Shirt kann eine Majorität von den Dripseln abhalten. Mehr aufgepasst, das Maske schützt ihr euch selber, nicht viel, wenn zum Beispiel in anderen, ob ihr nicht. Viren, die sind nämlich winzig, winzig klein und die können durch die meisten Masken durchgehen, und sogar durch ein Arn auszustechen. Das ist heute ein Schutz, den dir droht, für die Arnerlei zu schützen. Und das ist auch gut so.